...Hormon, das uns glücklich macht. Und es ist 400% stärker vorhanden durch die Berührung einer fremden Hand, als wenn man es immer anfasst. Das ist kalte Hände, ist die kalt? Wir sind ein bisschen kalt, aber es macht nichts. Bist du jetzt auch glücklich, wenn ich es in den Händen anfange? Ja, ja, weil es sich nämlich wärmt. Und das Zeug kann man, Oxytocin kann man nicht in der Apotheke kaufen, sonst wird die Menschheit vielleicht schon ausgestorben. Aber man macht sich einfach dann Lutzgefühle und findet das toll. Also, weißt du, mir ist auch aufgefallen, bei Menschen, die leider nicht mehr verliebt waren und dann wieder verliebt sind, dass man dann strahlt. Dann strahlen die Augen, man guckt ganz anders, man spricht auch anders. Man wird dünner. Wie ist das? Du meinst, man braucht überhaupt keine Diät, man sollte sich plötzlich verliebt haben.